Willkommen bei den Finanznews. Heute mit einem Beitrag zu den Auswirkungen falscher Anreize auf die Wirtschaft. Anreize fürs Arbeiten sind wichtig. Aber Politiker scheinen dies seit Beginn der Pandemie vergessen zu haben. Oder ignorieren diesen Fakt einfach. Die großzügigen Arbeitslosenunterstützungen sind ein perfektes Beispiel dafür. Nehmen wir mal die US-Regierung. Sie hat die Arbeitslosenunterstützung aufgestockt und so eine bizarre Situation mit hoher Arbeitslosigkeit und vielen offenen Stellen verursacht. Sowohl Präsident Joe Biden als auch Finanzministerin Janet Yellen betonten nun, dass die erhöhte staatliche Arbeitslosenunterstützung keinen Anreiz darstelle, nicht arbeiten zu gehen. In seinem Podcast konterte der amerikanische Aktionär Peter Schiff. Diese Annahme sei absurd. Nur Ökonomen, die für die Regierung arbeiten, scheinen den offensichtlichen Zusammenhang zwischen hohem Arbeitslosengeld und fehlendem Interesse an einem neuen Job nicht zu verstehen. Natürlich genießen es Menschen lieber, Freizeit zu haben, anstatt zu arbeiten. Der einzige Grund, warum sie ihre Freizeit für Arbeit aufgeben, ist, dass sie das Geld brauchen. Denn ohne Arbeit können sie ihre Rechnungen nicht bezahlen und kein Essen auf den Tisch stellen. Also müssen sie arbeiten, auch wenn sie Freizeit der Arbeit vorziehen würden. Sinngemäß sagt die Regierung nun aber, ihr müsst nicht arbeiten gehen. Ihr könnt Freizeit haben. Wir werden euer verlorenes Einkommen ersetzen. Wie bitteschön kann man nicht erkennen, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen lukrativen Stimuluszahlungen und der Entscheidung so vieler Menschen, nicht arbeiten zu gehen. Politiker besitzen nicht die Fähigkeit, grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge außer Kraft zu setzen, egal wie sehr sie es versuchen. Wie der Wirtschaftswissenschaftler Paul Prentice feststellte, erhält man immer mehr von dem, was man als richtigen Anreiz setzt, und weniger von dem, was man als Fehlanreiz setzt. Das zusätzliche Arbeitslosengeld schafft positive Anreize nicht zu arbeiten. Paul Prentice lebt übrigens in Colorado. Er wies darauf hin, dass die Gesamtbeschäftigung in Colorado seit Mitte Juli immer noch nicht das Niveau von vor dem Lockdown erreicht hat. Auch das persönliche Durchschnittseinkommen in Colorado hat noch nicht wieder das Niveau von vor dem Lockdown erreicht. Gleiches gilt für das BIP in Colorado. Außerdem konzentrieren sich die Beschäftigungs- und Einkommensverluste auf die Armen und auf Minderheiten. Das Letzte, was sie brauchen, ist ein verstärkter Anreiz, nicht zu arbeiten. Das Bruttoinlandsprodukt in den USA wuchs im zweiten Quartal 2021 um 6,5 Prozent. Aber Peter Schiff nennt es ein gefälschtes Wirtschaftswachstum. Wir hatten überhaupt kein Wirtschaftswachstum. Alles, was wir hatten, war, dass Leute Geld ausgaben. Und einer der Gründe dafür war, dass die Leute mehr Geld zum Ausgeben hatten. Prentiss weist darauf hin, dass echtes Wirtschaftswachstum auf Produktion und Dienstleistungen aufbaut. Wenn man Menschen Anreize gibt, nicht zu arbeiten, indem man ihnen Geld zum Ausgeben gibt, entsteht eine Illusion von Wohlstand, die in Wirklichkeit die Wirtschaft untergräbt. Wenn weniger Menschen arbeiten und weniger Unternehmen ausgelastet sind, wird zwangsläufig auch weniger Einkommen generiert. Staatliche Zahlungen anstelle von Arbeitseinkommen mögen kurzfristig einigen Personen helfen, aber langfristig schaden sie der Wirtschaft. Ein Dollar an zusätzlichem Arbeitslosengeld hat nicht die gleichen wirtschaftlichen Auswirkungen wie ein Dollar auf produktionsbasiertem Arbeitseinkommen. Die Arbeitslosenunterstützung entzieht der Wirtschaft nicht nur die Grundlage, sondern schadet langfristig auch genau den Menschen, denen sie eigentlich helfen sollte. Für diejenigen, die während der Arbeitslosigkeit mehr Geld erhalten als vorher durch Arbeit, kann das kurzfristige Stimulusgeld den langfristigen Verlust des Aufstiegs auf der Karriereleiter, das Erreichen von Dienstaltersstufen und Gehaltserhöhungen nicht ersetzen. Auf soziologischer Ebene ist der Verlust an verdientem Selbstwertgefühl, der mit der Erwerbstätigkeit einhergeht, schwer kalkulierbar. Wenn Kinder die sozialen Vorteile erwerbstätiger Eltern nicht wahrnehmen, entsteht ein Generationsschaden. Das Arbeitslosengeld sieht auf den ersten Blick gut aus. Deshalb ist es bei Politikern so beliebt. Aber sie haben alle möglichen unsichtbaren Folgen. Prentiss fasst den Schaden zusammen, welcher der Wirtschaft in Colorado durch die erhöhten Arbeitslosenunterstützungen in diesem Staat entstanden ist so zusammen. Die unbeabsichtigten wirtschaftlichen Folgen, wenn man Menschen dafür bezahlt, nicht zu arbeiten, gehen weit über die unmittelbare Auswirkung des Beschäftigungsrückgangs hinaus. Woher soll das Geld kommen? Aus Steuern für die Schaffung von Arbeitsplätzen? Aus der staatlichen Druckerpresse? Vom kommunistischen China, das noch mehr US-Staatsanleihen kauft? Das schadet uns, da weniger Arbeitsplätze in den USA geschaffen werden. Das schadet uns auch durch eine erhöhte Inflation. Das schadet allen, da wir einem Land, welches sich als weltweiter Feind der Freiheit erwiesen hat, durch Staatsanleihen noch mehr verpflichtet sind. Sie können die Gesetze der Wirtschaft ignorieren, aber nicht deren Konsequenzen. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind es Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B tragen? Transportieren wollen. Im Extremfall vielleicht sogar müssen. Eine Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen. Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentlicher Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach eine Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommenssteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50 Prozent bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020